Cause when the stars align, you might bring the beast down No way to the star, I'm from here right now, right now, right now Cause when the sun don't come down Jo, was geht ab meine Freunde und herzlich willkommen zur sechsten Folge Case Opening der Special Woche Wir werden heute wieder 10 Kisten öffnen und wir werden dann auch direkt mal loslegen Und werden mal gucken, was wir so nettes ziehen heute So, die erste Kiste wird geöffnet Mikrofon ein bisschen runter machen Ja, nicht so geil, aber kann man lassen, vor allen Dingen, weil ein seltenes dabei ist So, die zweite Kiste Na komm, da muss irgendwas geiles, hört die so cool aus? Boah Diese Halluzination, das braucht doch keine Sau Aber die Visitenkarte sieht nice aus So, dann direkt zur dritten Kiste Oh, was haben wir da für die RK5 Magazinerweiterung Variante Können wir uns leider nicht angucken Die habe ich noch nicht auf Waffenstufe 10 So Dann machen wir die vierte Kiste auf Jetzt muss doch irgendwas Gutes dabei sein Null Schrott, ey, die haben echt die Kisten gepatcht Aber ich muss sagen Aufklärungsfadenkreuz, Energiegasse Ich weiß nicht, wer mit sowas spielt Also das ist unbeschreiblich Also ich persönlich könnte damit nicht zocken Das wäre überhaupt nicht so mein Ding Na komm Ich glaube, das wird das schlechteste Pack-Opening jetzt auf meinem Kanal Die sind ja mal richtig scheiße, die Tarnung Fünfte Komm Gib mir was Gutes, bitte Oh, nice Na, sonst noch ein Schrott Alles klar Fruchtemblem Das sieht ja schon irgendwie ein bisschen lustig aus Vor allen Dingen die Tomate da hinten Ist das eine Tomate Oder ist das ein Apfel Weiß ich jetzt gar nicht Sieht auf jeden Fall aus wie eine Tomate Kennt ihr übrigens Das erinnert mich gerade daran Kennt ihr die Killertomaten? Kiste Nummer 6 Die Killertomaten, die gab es früher mal im Fernsehen Als Zeichentrick und als normalen Film Es ist, was es ist, ja Es ist scheiße Richtig scheiße Siebte Kiste Jetzt kommt wenigstens ein Epic Oh, nice Die KN44 Infrarot Die schauen wir uns doch mal an Wo haben wir denn Hier haben wir die KN Ja Es geht Es könnte besser sein, aber es geht Aber es ist besser als gar nichts So Da kommt die achte Kiste Oh shit Alter Glipprig Die sieht ja cool aus Die werden wir auch mal uns direkt angucken Bewegt die sich? Na? Ne, schade Die bewegt sich nicht Das wäre geil gewesen Wenn sich die Quallen bewegt hätten Aber egal Wir kommen jetzt zur neunten Kiste Nur Schrott Also diesmal ist wirklich Nur Schrott drin Dann kommen wir auch schon direkt zur Letzten Kiste Ich hoffe da ist Bissere Sachen drin Komm bitte, bitte Und Ja Nice Nice Die ICR1 Monochromtarnung Die ist Mega geil Gleich mal Direkt mal Angucken Könnt ihr mal reinschreiben Wie ihr die findet Ich finde die mega geil Da Alter Die sieht so nice aus Jetzt muss ich die wohl öfter spielen Nice Also Freunde Das war wieder ein kurzes Knackiges Video hier Schreibt doch mal bitte in die Kommentare Ob ihr schon mal eine Visitenkarte gezogen habt Die sich bewegt So wie die Tarnung Das würde mich echt mal gerne interessieren Ob es die überhaupt gibt Oder ob ihr so ein komplettes Set hier voll habt Moment Hier So ein komplettes Set voll habt Und wenn ihr das voll habt Was es dann dafür gibt Das würde mich echt gerne mal interessieren Und ja Freunde Wenn euch die Folge gefallen hat Lasst doch einen Daumen nach oben da Und einen netten Kommentar Und ich würde sagen Freunde Wir sehen uns zum nächsten Video Morgen wieder Also Haut Und rein Und rein ями